hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft crafter mit mir den hero crafter aka max aka mit erlieben versuchst du versuchst du abzuhauen krieg leute heute leute werden wir ein bisschen darüber reden wie geil der ender drachenkampf war natürlich nicht zu kurz war und dass die leute auch nicht gestorben sind wollen wir auch mal zu überreden leute erst mal fuchs wie geht's dir wie geht's dir sie liegt einfach nur sie redet nicht leute man hört dich nicht doch jetzt wie geht's dir gut gut freut mich geht geht gut gut geht okay leute mir geht's auch gut aber mir geht's nicht gut mir geht's super gut leute gestern war der ende also bitte nicht gestern also für uns war es gestern der ender drachenkampf wir nehmen die aufnahme gerade am sonntag auf ihr seht ihr am montag also vor gestern war die der ender drachenkampf der war eigentlich ganz lustig jackie und ekki sind gestorben haben alle ihre sachen im nichts verloren was auch sehr lustig ist ehrlich gesagt und wir haben eine drachenei ich habe leid schwar gesucht das hat auch eine leid schwar die anderen nicht ich werde für fuchs wenn noch eine suchen und ja okay fuchs fern ist fuchs fern ist im loch okay fuchs fern gut ja es war ganz okay fuchs fern hat nochmal auf screen weiter gebaut und das werden wir euch jetzt mal zeigen weil das wird aber euch fuchs fern zeigen weil fuchs fern ist die machen des loches okay das loches die sie da fabriziert hat für ihre tiere die nicht zu viel sind und brauchen noch welche passen das sind ja auch das ist das sind noch nicht mal alle leute gut so fuchs fern beleite mich durch deinen gang okay damit aber pass auf okay okay bereit ja wirklich nach hause okay du bist schon zu hause noch mal okay okay nach dir nach ihnen geht es so ich ja guck mal leute ich mach den tast weg da seht ihr das denn alles so hier ist ein riesen loch da kann man drunter fallen hier geht es weiter und es wird deeper die die strecke geht immer und da kann man wieder runterfallen und da kommt fuchs fern geht man hier weiter und jetzt das hat fuchs fern bis jetzt gebaut das ist einfach krass der das ganze ding einfach ausgehört oder wild sieht gut aus dann geht sie hinten lang da kann man hier unten raus ist auch ganz guter befuchs wenn irgendwas machen und ja da draußen echt ja das ist hart aber leute ich muss euch leider eine traurige mitteilung machen es wird deep minecraft crafter ist mit dieser folge auf pause auf pause nicht beendet nicht beendet leute es ist auf pause tatsächlich hat private gründe und weil viele halt auch sehr inaktiv spielen lohnt sich das momentan auch nicht mehr deswegen werden wir auch wir haben jetzt zwei leute auch weniger deswegen werden wir auch noch mal zwei neue leute dazu nehmen könnt ihr auch gerne mal unter dem video schreiben wenn ihr bock habt und ich und justin nehmen euch mal an also kann man bewerbungsgespräch sagen ja sowas ähnliches ja also ihr macht auch mal keine ahnung könnt ihr auch mit genau 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 wenn ihr euch sympathisch anstellt nehmt euch gerne mit rein und ja leute da würde ich erst mal meint das fuchsis hund cool und leute ich muss aber euch sagen deswegen ist jetzt erstmal auf pause ist erstmal die letzte folge die online kommt projekt ist auf jetzigen stand erstmal auf einmal auf pause und weil jetzt kommt auch wenn wir jetzt die neue fortnite season morgen kommt auch fortnite video ich den battle pass zeige deswegen sind auch für justin ich viel offline es sind dann schon wieder zwei weniger ekki weiß ich nicht sagen wir mal hälfte hälfte fuchsfan ist auch immer in ihrem valorant rausch und es ist halt bisschen blöd jockey ist dann meistens dann auch so fortnite oder was anderes halt aber das ist ein bisschen blöd dann und deswegen dachten uns gut wir machen erstmal auf pause bis halt ein bisschen abgekühlt ist und ich erstmal mein fortnite content machen kann justin auch sein fortnite und rocket league content wo ich auch noch dabei sein werde in rocket league wird vielleicht auch mal eins oder zwei videos kommen bei mir aber hauptsächlich bei justin und die anderen machen halt erstmal ihr ding also würde ich erstmal meinen bedanke ich mich erstmal für die erste hälfte von minecraftcrafted für alle die dabei waren wir haben krass viel geleistet und auch ein groß langer fuchsfan dass die hier auch mit viel mit gebaut hat und dass wir ein team sind ja da würde ich erstmal meinen leute ich hoffe ich habe die folge gefallen die erst mal letzte folge aber das projekt ist nicht zu ende für die leute die dann wieder denken das projekt zu ende nein ist nicht den sinn würde ich erstmal meinen haut drin bis dann und ciao